So, der nächste Versuch der ersten Challenge im neuen Stadtteil. Und, ja, ne, auf geht's, würde ich sagen. Rubbel die Katz auf uns gedübbeln. Der ist schon mal kaputt, das ist gut. So. Das war schon mal ganz geil. Wo war das schnell? Okay, jetzt haben wir wieder Energie. Headshot. Aufs Maul! Der ist echt so Gold wert, dieser Kack-Kick, ne? Ohne Witz. Das war keine Absicht. Das war wirklich keine Absicht. So, schön ausgewichen. Ach, fuck, den hab ich total vergessen, den da hinten. Mann! Auf mich zu treffen, du Kack. Ratze! Falsch mit aufgedrückt, Idiot! Mann! Ich krieg's zu viel! So. Boah! Schwere Geburt, Junge. Brrrr, okay. Zack. Ich bin hier in den Zeitschallenges natürlich immer extrem konzentriert, ne? Könnt ihr euch wahrscheinlich denken, warum? Weil, es ist halt ein Zeitrennen, ne? Indem ich jetzt hier zuerst kaputt machen. Ich erinnere mich lieber mit ein paar Kleineren rum währenddessen. Okay, wunderbar. Der ist auch weg. Nice. Alter, stirb doch mal als grausam Todes. Okay, der hat 50er gegeben. Das heißt, die mit den anderen Augen, die halten auf jeden Fall ein bisschen mehr aus. Geben aber dafür auch mehr Punkte. Scheiße. Ich muss auch mir einfach mal merken, dass man auch in der Luft ausweichen kann. Scheiße. Nicht den! Ach, du bist doch so ein Spacken. Das ist unglaublich, ne? What the fuck? Kamera, hallo? Alter. Sowas ist doch scheiße. Das ist einfach nur dumme Kacke, wirklich. Tut mir leid. Ich hab halt keine Zeit, ne? Und dann sollen die mir mit so einer Scheiße hier, Felix, nicht auf den Sack gehen. Komm, bitte mal einmal klau auf dein Scheißleben, Mädchen. Ohne Witz. Kannst du mir bitte den Eingefall nur tun. Okay. Das fehlt nicht mehr so viel. So. Ich liebe so eine Gold-Scheiße immer, ne? Also ich hasse es zum einen, aber ich find's immer so unfassbar befreundlich, wenn man's geschafft hat, ne? Nein! Ja! Wir haben's. Wir haben's, okay. Alter, Alter. Guck mal, wie weit wir noch kommen. Aber mit unserer Dreikraft natürlich, ne? Ja, die ist eigentlich schon ziemlich geil. Die scheinen auch so ein bisschen durch den Gegner durchzufliegen. Also hier diese... Wie heißt das? Spiralgedönskirchen? Ich weiß nicht. Ah, Spiralkralle, irgendwie sowas, ne? So. Pff. Alter Vater. Boah. Aber ey. 900. Gottverdammte. Ah. Juwelen haben wir jetzt dadurch bekommen. Das ist doch mal geil. War's anstrengend? Ja. Auf jeden Fall. Freue ich mich schon auf die anderen Sachen, die kommen werden? Nein. Tu ich nicht. So, zieh euch das mal rein. 1.362 zum Ausgeben. Ist das nicht geil? Also ich find's ziemlich geil. Und auch sehr, sehr erregend tatsächlich. Okay. Kommt direkt hier auf den Kopf auf den Vergnügungsviertel, ne? Für irgendwelche leichten Mädels. So. Ja. Hm. Ich weiß nur, ob's noch irgendwas Interessantes für mich sonst gibt. Aber, ähm. Sieht jetzt erstmal, auf den ersten Blick zumindest, nicht so aus. Komm mal hier. Und Zehner. So wie's aussieht. Oh Gott. Boah. Das Problem ist jetzt nur, jetzt weiß ich von, von diesem, äh, gleiten Bescheid. Was bedeutet, ich werde's versuchen einzusetzen, wenn ich dann hier in dieser lustigen Checkpoint-Rennen-Scheiße bin. Und das wird auf jeden Fall ein richtiges Fest, ey, alter Vater. Oh, es wird so schlimm. Es wird richtig schlimm. Ah, mein Mund juckt schon. Oh, meine Nase auch. Ja, komm, was soll er da jetzt? Dann bringt er jetzt nichts, mich dagegen zu wehren. Nächste Herausforderung warten auf uns. Okay, wo denn? Äh, gehen wir erstmal, gehen wir auf die andere Seite erstmal, würde ich sagen. Ne, die machen wir erst bei der nächsten Aufnahme. Äh, weil dann kann ich da hinten in dem Bereich nämlich auch noch ein bisschen... Was ist denn? Die Tore zu den unteren Bereichen des Player-Joines sind verschlossen. Was Schüler und Arbeiter des Bezirks zwingen, lange Umwege zu machen. Und öffnen die Tore, um ihren Weg zu verkürzen. Klar. Das machen wir auf jeden Fall. Aber den anderen Bereich der Stadt würde ich dann nämlich gerne beim nächsten Mal erkunden. Vorausgesetzt, ich denke da natürlich noch dran. Weil ist, äh, auch schon wieder ein bisschen her. Ach, du bist nur eine Dialogoption. Ich dachte, wir sind Gulli. Die habe ich schon geredet, ne? Du warst jetzt mit der Figur und so, ne? Ja, okay. So. Ich würde sagen, wir gehen mal zu Fuß heute mal, ne? Mal die Beine vertreten. Ist ja auch nicht verkehrt. Die Frage ist, was werden überhaupt für Muskelgruppen beansprucht, wenn die halt ihre Gravitationsgedönskirchen macht? So. Elefant. Hm. Ich komme sofort wieder. Keine Sorge. Da ist nur einer. Da ist alles nur einer. Da ist alles nur einer, glaube ich. Oder Fünfer? Wie Fünfer? Keine Ahnung. Ich kann die halt nicht untereinander halten. Hilfe. Fünfziger finde ich ganz nice. Hm. Dann halt nicht. Ach, scheiße. Wir müssen weiter nach oben. Ups. Äh. Das sind doch Zehner. Was die hier zumindest. Ja, ne? Würde ich sagen. Gehen wir mal runter, ey. Bums. Entschuldigung. Ah, ich finde es immer so schön, destruktiv zu sein. So, klar. Mach mal. Äh. Wie viele habe ich denn jetzt? Acht Minuten schon auf der Uhr. Äh. Ich glaube, ich brauche noch einen weiteren Part, um letztendlich die Aufgabe zu schaffen. Also mindestens noch einen. Oh Gott. Was ist jetzt denn? Das kann doch irgendwas werden mit, äh. Checkpoint-Rennen. Oh. Es hat funktioniert. Neue Herausforderungsmission freigeschaltet. Oh. Oh, mein Ruf scheint sich zu verbessern. Und jetzt sind wir nämlich... Ein Schil... Schilf... Eine Schilffee. Was ist denn eine Schilffee? Was? Okay. Äh. Taxijob. Hä? Boah, crazy Taxi? Geil. Nein! Da muss ich bestimmt Leute mit der Stase irgendwie hinbringen. Äh. Die Nevi fallen. Eine hilfbare Evakuierung der Bürger, indem du sie mit Kreis ergreifst und zum Ausgang führst. Siehe Bild oben. Aber sei vorsichtig. Wenn du dich bei Nevi angreifen lässt, lässt du sie automatisch los. Äh. Äh. Da draußen sind noch Leute. Ach was. 20 Punkte? Alter Vater. Okay. Also interessanter Ansatz auf jeden Fall. Ach, da seid ihr. Was sagt das doch? Perfekt. 100 Punkte haben wir schon mal. Scheiße. Alter. Alter. Klar. 500 brauchen wir, ne? Wunderbar. 160. Das Problem ist halt eher, dass... Äh. Alter. Einmal ganz ruhig klarkommen auf dein Scheißleben, Mädchen, ne? Das nervt wirklich. Okay, wunderbar. Also man muss auch einfach nur einmal durchfliegen. Das ist eigentlich ganz geil. Hälfte haben wir gleich. Das macht es mir auf jeden Fall nicht einfacher. So. Also das sind ja auch überall die... die Nummern hier irgendwie rum, äh ja, ne? So. So. Ich frage sich, wie viel kann ich halt mitnehmen, ne? Also manchmal kann ich einen mitnehmen, manchmal kann ich auch zwei mitnehmen. Okay, Zeit verlängert. Wo sind die restlichen Leute hin? Hier sind noch Leute. Ach, schade. Hat nicht gereicht. Leider hat nicht gereicht. Ne. Aber es ist ein cooles Prinzip eigentlich, ne? Crazy Taxi Gravity Wash. Okay, okay, okay. Immerhin. Aber das reicht mir noch nicht. Ich will Gold haben. Wir wollen Gold. Wir wollen Gold. Äh, 80 haben gefehlt. Ist egal, ist egal. Machen wir nochmal neu. Ja, ja, komm. Gas. Gas geben. Okay, also das klappt so auf jeden Fall nicht. Ne? Wenn, dann bitte. Auch beides. Also die hat die ganze Zeit beide geholt. Ich verstehe nicht, warum die da jetzt Probleme mit hat. Ohne Scheiß. Ja, hallo. Ich würde gerne die Mission gerne machen. Hallo? Darf ich jetzt? Dankeschön. Ah, wie schlecht. Also, jetzt müsst ihr mir bitte mal erklären, wieso das jetzt nicht funktioniert hat. Das hat die ganze Zeit funktioniert. Es gibt keine Kontinuität. Und ich hasse sowas bei Spielen. Ohne Witz. Ach, guck mal. Klappt ja doch. Zeit verlängert. Schön, schön. Für mich zumindest. Was? Wo sind die denn? Nein, nicht runter. Nicht runter. Mädchen. Aufhören. Für beide. Dankeschön. Dankeschön. 160. Okay. So. Drei Stück, ne? Schade. Oder habe ich sie jetzt alle drei? Das wäre natürlich geil. Ne, ich habe nur zwei. Ich muss die Stase nochmal erhöhen. Vielleicht kann ich dann drei nehmen. Mal kurz wieder aufladen lassen. Dankeschön. Ist gut. Aber zum Glück hat er mich nicht getroffen, ey. Das wäre blöd gewesen. Zeit verlängert. Okay. Keine Ahnung, wie ich jetzt mit der Zeit stehe. Stehen bleiben. Mein Gott. Wieso? Zum Teufel. Also ihr wisst, was mein Problem war, ne? Warum hatte ich sie jetzt schon wieder am Anfang nur wieder eingenommen? Okay, draußen sind noch Leute. Ach was. Ich bin die 420. Ein bisschen mehr Zeit habe ich aber. Scheiße. Da unten sind sie. Nein! Ich kriege das... Gott. Ich kletterte da sofort hoch, du dumme kleine Schlampe. Wieso nimmst du denn jetzt wieder nur einen auf, Mann? Ich kriege das Kotzen wirklich. Ich kriege das gottverdammte Scheißkotzen. Weil diese dumme Pissfresse von Frau einfach nicht das macht, was sie machen soll. Das geht mir auf Piss. Ohne Witz. Ah, Mann. Da wäre ich schon direkt wieder Sexist, ne? Das ist unglaublich. Ich meine, das wäre genau das Gleiche. Da wären die Sprüche nur andere, ne? Aber, boah, da kriege ich Pimpernellen von. Ich hätte es vielleicht geschafft. Also, ich weiß jetzt nicht, was immer so ein Duo an Leuten bringt. Aber ich hätte ja... Ich habe jetzt garantiert noch keine... Keine Ahnung, wie viele weggebracht. Dass man zumindest davon ausgehen darf. Oh, ja. Das ist gar nicht mal so wenig, was die bringen. Und nur weil diese dumme, kleine Kackfresse... Die mit der unschönen Figur, die süß angeblich... Ah. Einfach die... Ne, ich nimm jetzt nur ein. Ich bin zu schwer. Boah, da kriege ich Pickel von, ey. Genauso wie hier. Das hat gar keinen Sinn. Dankeschön. Oh, Kackprogrammierung. Wirklich. So, Dankeschön. Bis jetzt mal soweit. Oh, Alter. Könnte man sich aufregen, ne? Aber tut man ja nicht. Dankeschön. Ach, cool. Ich habe beim ersten Mal versucht. Der funktioniert. Dankeschön. Nicht versuchen. So, ich bin mit dem Arsch, ey. Ich bin mit dem Piss. Auch wieder Lust gehabt. Perfekt. Bisschen schwund ist immer. Ich werde hier immerhin euer Leben. Da, guck mal, wieso? Ach, guck mal. Kannst ja doch. Der ist aber lieb. Aber sowas frisst einfach zu viel Zeit. Weil, guck dir das an. Jetzt habe ich wieder nur einen. Das ist doch dumm. Ups, Entschuldigung. Aber das war keine Absicht, tatsächlich. Ja, das ist einfach dämlich. Das tut mir wirklich leid. Aber das funktioniert halt so nicht. Das ist ein Glücksspiel. Das ist ein Gottverdammtes scheiß Glücksspiel. Weil man kann es ja auch versuchen zu forcieren. Das funktioniert da nicht. Wenn es dann beim ersten Mal nicht klappt, okay, ne? Das habe ich ja irgendwie Verständnis für. Aber wenn es dann jetzt nicht klappt, obwohl man dann sogar sagt, hier, guck mal, ich habe hier, guck mal, ich habe hier schön beide zusammengelegt. Das ist dann doch einfach nur Affenscheiß. Das ist einfach nur dumme Kacke. Wo die Programmierer wieder einmal nicht in der Lage waren, ja, das zu programmieren, was sie eigentlich geplant haben. Also gehe ich mal von aus, ne? Weil eine andere Erklärung habe ich dafür nicht. Pflicht und ergreifend. Das liegt da leider jetzt auch nicht an meinem Unvermögen, so gern ich das auch hätte. Dankeschön. Jetzt habe ich schon wieder nur eine. Ich reile es wirklich nicht. Das ist doch dumm. Ey, Mann, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das macht wirklich einfach keinen Sinn. Ja. Haben wir wieder die 420, wieder einmal. Tolles Ding. Ich mache hier einen Cut, wir machen gleich weiter. Bis gleich. bis gleich.